Jetzt kannst du losgehen. Oh, hier hast du Action drüben. Oh, man kommt bei uns. Action holl, bitch. Was ist zufällig Gift, Moni? Ja, hab ich. Wenn du ein paar Armour kaputt machen könntest. Mach ich gern noch was nicht. Ich hab diesmal die Gift, Moni vergessen. Okay. Und Dreh'n Immer so ruhig Hier dürfte ja eigentlich keiner herkommen Das war uns alle, ne sterben wir Ne, war da jemand? Ne Ist das da so? Oder doch, ne? Der hab ich dann, den haben wir jetzt gleich hin Schade Hätte man erwischen können Da ist nämlich der, der Clue da Ist bestimmt mal kurz hocken geblieben Kann ich jetzt einen schönen Headshot passen können Ich hab die Opfer dabei Hab ich auch Ist der hinter die Hütte? Ja Ich hab nur einen gesehen Ach Scheiße, ich hab gar nichts leises dabei Die HALF muss dann HALF bleiben Ich mein AX Oh, der wird ja durchgelauben sein, ne? Oh Und hier gibt's ja nix Ich hab trotzdem ein bisschen vorsichtig, ja? Ja, ja, einige sind ja so Lootgeier wie du Die jeden Schrank befüllen Ja, ne? Nur bis ich die Emulsion habe, die ich brauche Und die Waffe, die ich brauche Und dann ist es mir eigentlich bumms Schauppause Verdammt Verdammt Ne? Lootgeier, ne? Hehehe Halt, das ist ja wirklich was Sinnvolles Die Hände Schaufel Schaufel Romero-Beil hab ich schon Ich hab ja nicht geguckt, dass freigeschaltet wurde. Uhhh, Eisenhutte. Ohhhh. Nix. 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 Hau, hab ich gesehen! Focken wir da gleich wieder. Hmm. Lukas 4 durch. Normale Munition. Ich hab's schon... Das ist heiß! Oh, ich hab's schon gesehen! Neue, blöde, helf! Rechts hinten sind sie auch noch mit dem Auswasser Da lief gerade jemand übers Wasser Oh Gott, Jesus! Jetzt da... Hier sind Käfer und da brauchst Ja... Kein Platz Hast du den erwischt oder die? Ich hab den erwischt Sehr schön Also, ob ich den schütze hab, weiß ich nicht Doch, doch, ist... Ist umgekippt Also, ich hab den Schrei gehört Oh, ist auch der, ja? Ich weiß es Gott nicht Eine Frau auf jeden Fall Da läuft noch jemand Geht da jetzt rüber Beziehungsweise läuft jetzt wieder hier Guck, vielleicht kam mir nicht so froh, als ob ich den gebildet hab Ich denk mal, er hat wahrscheinlich jemand anderes Da, da, da Da Ja, sehe ich Gibt es zwei gleich unten Ja, ist da Ich sehe aber leider die Leichen so nicht Die Leichen liegt da Ach, da Kann ich sehen Ist auch weg Sehr schön So, jetzt ist es ruhig Oder auch nicht Da drüben hat da irgendwo ein Pferd reagiert Hm Wo sind wir ein Ausgang? Ach du Scheiße Drei zur Auswahl Na ja Ich finde die Leiche nicht Okay Ach ja Hier liegt einer Das gebe ich dir den Hut Und dann der mit der Schnabelmaske Bist du da auch liegen Geht nicht Geht nicht Okay Ich hab ja gar keine Kistenmonie dabei Ich kann ja gar nicht bei den Müllfischen durch Endlich viel lang Ich geh mal Raben ärgern Mhm Warst du das auch mit einem Feuer? Ja, das war ein Feuer War es ein Feuer? Ich weiß nicht Das war ein Feuerkäfer Das war ein Käfer, den ich noch im Inventar hatte Ja, ich hab halt Feuer gehört Deswegen Dann frage ich So, das ist die mit Hut Und wo habe ich den anderen erledigt? Weiß keiner Hä? Wo ist der hin? Ich glaube es ist ja den Hut erledigt Das kann doch sein Würde ich nicht sagen Wo ist dein? Wo ist deiner? Ich war da meiner Meinung nach Auch hier Aber da ist keiner Nee, nee, da ist keiner Ich hatte den ohne Hut mit dieser roten Maske Diese rote Schnabelmaske Nee, deswegen ich war auch der Meinung Ich hab keine getötet Ich war da meinung schon Ja, ja Hier liegt noch jemand Genau Okay, dann hab ich mich verguckt War wohl das Dioptrienfeld verzerrt Ahem Das gab's hier natürlich irgendwo ein anderes Team, ne? Mhm Ich bin hier raus, ne? Ja, gehen sie jetzt? Naja, da hinten warst du noch drin Jaaah, ich brauch die 25, das hat sich doch gelohnt Ich hatte sieben Jaaah, die haben auf jeden Fall noch Theater hinten Jaaah Jaaah Mütz in uns Kisten, ich werd verrückt Ah, leuchtet was Mhm Mhm. Ich hab schon alles mitgenommen. Immer eben wahnsinnig. Hm, sag mal, wahnsinnig. Das ist nicht ein Pachtuchologien. Ich hab's noch mal gesehen. Ich hab's noch mal gesehen. Ich hab's noch mal gesehen. Das ist nicht so. Ich bringe da einer weg Hauptsache die wechseln nicht Das hört sich nach Dach an Ja Oh, ach ne, nur ein Baum Ich frage mich grad nicht zu rennen Sind die schon über den Ast rüber? Ne Na, wo husten sie denn? Okay, ich wollte grad sagen, da geht einer durch die Stacheldraht Wir kriegen Muss hier drin sein, denk ich mal Da wurde grad ne Leuchthackel geworfen Okay, einer wurde wieder aufgestellt Das steht, der Schwierbar ist und die sich hosted Bist, die sich schon aufbauen Ich bin hier Soll ich zurück Und sicher Ich bin hier Geht denn weg? Ja? Was ist denn jetzt rennt es schon mit einer? Ja, einer ist hier noch drin auf jeden Fall Nee, dann ist der andere noch hier draußen Zwei sind drin Jetzt wird einmal gerannt Dann gibt es da noch jemanden da draußen Das ist auch schlimm am Wagen Jetzt können wir aufpassen hier Ja, da ist hier alles voll mit Zombies hier drin Ja, ist bei mir Bei dir außerhalb, oder was? Hm Ja, Honda hört man auch Oh oh Ich glaube, bei mir kommt auch was Ja Bei mir hier drin in der Hütte Schalldämpfer Was ist denn der Hütte, oder was? Nee Hier Kommt hier gleich um die Ecke bei mir Mach dir gerade die Lampen aus Ich blute Nicht gut Ich habe hier eine Wagenfunk Den habe ich Dafür wollen die mich jetzt gerade hier Und der Shotgun Auf die Entfernung Nicht getötet Obwohl jetzt der eine ist, der hier laufen ist Boah, Alter Jetzt hänge ich auch noch fest hier Blutend Lass sich mal nach Möglichkeit nicht löten Ich probiere es Das war die falsche Heilungsspritze Okay, ich glaube hier bei mir auf dem Dach Können es sein Naja Ich bin hier sehe ich nichts Ja, ne Ich weiß noch nicht, wo der andere Typ ist Irgendjemand schießt hier mit Silencer Ich weiß aber nicht, wohin Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie der ausgesehen hat Der hier ist gerade erschossen, aber auf jeden Fall dunkel Okay Ein Geldsverkehr, ich werde verrückt Ganze fünf Ganze fünf Da kriegt man nicht mal was Ich bin da hingerannt Ey, das steht mir auf den Sack Ich habe einen Plan, wo der ist Vielleicht wartet das, ja Hier bist du hier gerade, ja, ne? Ja, klasse Scheiße Hier liegen die Waffen So eine Südstaatenuniform mit Mantel Ohne Hut Wenn ich erledigt habe Wenn ich erledigt habe Vielleicht der auch da drin So, ich muss ein Loch, wo man rausgucken kann In der Mauer Ja genau, macht er auch Also Vorsicht, wenn du gleich um die Ecke kommst Der guckt da zwischendurch mal da aus dem Wandloch aus Okay Ich muss mal mein Ding woanders her machen Sonst sehe ich es nicht Aber jetzt kann ich da auch rein, ja Jetzt kann ich da auch reinwerfen, ja Schade Doch hängen geblieben So, ich kann da auch reinigen, ja Da drin ist ein Trade. Ich hab leider nichts mehr zum Werfen. Rechts neben mir. Hier ist auch einer. Draußen und drin. Beide drin. Ich mach hier mal ein bisschen mehr Lärm, also Lauf-Lärm. Ich hoffe, dass er da gleich aus dem Loch rauskommt. Ja, da muss ich mich auch verwenden. Schon hier ja da, ja. Ich mach's mal offensiver. Keine Erregung. Wie lange haben wir denn noch? Ach, 21 Minuten. Das geht ja noch. Ja. Ja. Das ist ja nicht raus, ne? Ja. Das würden wir auch nicht machen. Richtig. Wir kommen. Guck durch den Türspalt. Ich mach's mal drin werfen. Ich mach's mal drin werfen. Leider auch nicht. Aber keine Toolboxen. Die kommt. Ähm. Ich geh' grad nicht wegkommen, ich muss fortgekommen. Toolbox Was kriege ich? Hier ist es dann Hier ist es nämlich die Gasse, ne? Andere EP Wo war die Toolbox? Ähm, da? Ja, ne, da sind Da Molotow Blutchenlinien EP ist das Ja Ich geh mal rüber zum Wagen. Ah, natürlich schon leer. Was haben wir hier? Deckartigen, Atem, Munition. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Jetzt noch ein lebendiges Pferd, verrückt. Oh, nochmal ein Dollar. Ach so. Ich bin hinten in der Ecke und wird's blöd. Ich hab grad reingeguckt. Ich stehe ganz hinten in der Ecke, also quasi im Ixel. Ich könnte hier reinpushen, aber ich bräuchte Unterstützung. Ja, warum brennt denn das da? Ach wo, ich. Das tut mir leid. Ich könnte noch einen Molotov reinwerfen irgendwo. Ich hab ja gar keinen Fächern. Ah, verdammt. Ich großschnauze. Ich glaub, bist du an der Tür? Ja, ich bin an der Tür hier hinten. Ich renne jetzt rein. Ja? Ich renne dann genau da hin. Ich bin drin. Ich bin in der Ecke. Wo ist der Guter? Einen hab ich. Der Ander ist auch noch da. Einen. Das hilft's. Sehr schön. GG, guys. Das hat man hier an der Wetter, die hat er. Oh, mit, mit, äh, Schützer. Ja, hab ich schon mal direkt getauscht. Warte mal, das war falsch. Ne, doch, ne, war doch richtig. Oh, hier kommt ein Witz. Das ist schön. Ja. Und dann war hier irgendwo noch ein Trade. Ja, hier hinten glaub ich irgendwo, ach ja. Cool. Cool. Ja, immer. Ja, immer. Ach so, jetzt alle jetzt. Übrigens. Ich wollte die Zeit jetzt alle gemacht haben. Mhm. Äh, nein. Ne. Hier war noch ein Geldstückchen. Wo? Warte mal. Gehen wir raus. Unten, oder? Ja, wir gehen unten raus. Ja, wir gehen unten raus. Die haben sich jetzt reucht nämlich angestellten. Die haben den Offenpunkt alle beiden Drähte nebeneinander gesessen. Das ist ja auch bescheuert. Mhm. Mal probieren, wie er noch ein Dicker ist. Ja. Ja. Wenn wir jetzt... Ich muss jetzt mal einen vergessen haben. Nein. Stimmt. Da frage ich mich, was ich da hinten verschritten gehört hab. Ich begreife das nicht. Die waren, die waren vielleicht 10 Meter neben mir. Ich hab die Feuer gehört. Als du einen dicken finden solltest, ich hab da eine Sticky dabei. Mhm. Aber irgendwie... ... wird sich das hier nicht so an. Hier ist die Sermonie. Ja. Wir sind ja gleich raus. Hier ist ne Kasse. Na? Boren Spaß. Hab ich auch nicht gehört. Hab ich auch nicht gehört. Das Catching. Aber hier ist, äh, der stille Killer. Wut ist schön. Die sind ja da. Auch hin. Kein Dicker. Ne. hier oben ist nix noch mal kurz hier rein was ist denn da unten? alter hast du auch das furchtbarste Lied ever abgespielt, ne? ja, es tut mir leid es tut mir leid vor dem Gartis komm in sie naja ich hab ja gehofft hier drin noch was zu finden, aber oh, ein Geldsäckchen 15 Dollar, hat sich doch gelohnt das hat's auf jeden Fall bin ich komplett bei dir schön schön das ist da das liefst doch mal gut das war's dann mit den Erfolgen für heute jetzt ist das das war's dann das war's dann und ich hab ja gehofft hier noch was das war's dann das war's dann das war's dann kommt Untertitelung des ZDF, 2020